moin moin liebe filmfreunde ich bin es wieder euer alex und ja heute gibt es eine watchlist mit ein paar kurzreviews zu ingmar bergmanns der ingmar bergmann collection ich habe es jetzt erstmal profilaktisch teil 1 genommen weil da könnte ja noch was kommen ich habe das jetzt als watchlist gemacht einfach weil einige leute in den kommentaren ja gesagt haben mach da mal reviews ich glaube oliver leder war das der gesagt hatte an bergmann ich habe mich bisher da nicht angetraut weil er ja sehr anspruchsvolles kino machen soll und ich kann oliver da verstehen selbst wenn man anspruchsvolle und intelligente filme mag manchmal ist das kritisch weil ich sage mal auf manche filme muss man auch bock haben wenn anspruchsvoller film sehr viel gehalt hat ich kann mir das nicht abends nebenbei mal angucken wenn ich was unterhalten werden möchte weil wenn manche filme sehr gehaltvoll sind geht das um ganz manchmal auch der unterhaltungswert verloren und es ist halt eher wirklich die kopf sache als eine herzenssache deswegen hat er ja gefragt morfo hatte ja glaube ich meine meinung allgemein interessiert weil er von bergmann auch begeistert ist und da auch sich nach und nach rantastet und gesagt hat dann dachte ich machst du es als watchlist dann komme ich auch zeitlich nicht in die bredouille und vielleicht auch ein bisschen egoismus wenn ich jetzt natürlich jeden film einzeln review aus dieser box nach und nach werde ich sicher nicht bei jedem tun aber dann würden wir auch wirklich nur noch ingmar bergmann reviews machen und ihr seid ein bisschen egoistisch an der an der stelle ich glaube das interessiert halt auch nicht jeden deswegen als watchlist anfangen möchte ich dann mit das lächeln einer sommernacht aus dem jahr 1955 und damit ging es auch los in der collection und das war gleich sehr überraschend weil ich mich wenig auseinander gesetzt hatte mit bergmann bisher und auch mit seinen filmen nur ich wusste immer ein bisschen arthouse können durchaus künstlerisch gemacht sehr viele anspruchsvolle themen die mit drin verarbeitet werden gerne auch mal ein stück weit ja sehr düstere und ernste themen wohl auch aufgrund von bergmann's persönlichkeit weil er selber ja auch ja ja wie man das jetzt sagen manchmal sehr depressive persönlichkeit war gut da weiß man was dabei rauskommen kann wenn man sich den last von trier anguckt so klasse seine filme überwiegend sind die schauspieler habe ich manchmal echt probleme mit den namen zu merken weil man ich mit den schauspielern so viel kontakt hatte filmisch deswegen verzeiht mir wenn ich denn das manchmal ein bisschen allgemeiner halte bei das lächeln einer sommernacht wie gesagt sex komödie hat mich erstmal überrascht aber ich muss schon mal gleich so viel sagen eine sex komödie in fünfzigern ist ganz andere hausnummer als eine sex komödie heute heute kennen wir das pipi kacka humor fäkalien und also wirklich unterstes niveau in fünfzigern ein bisschen anders da wurde da konnte man ja auch nicht immer alles komplett direkt zeigen und da muss man auch ein paar andere wege finden dass das denn einerseits lustig ist andererseits auch wirklich sich um sex dreht und bei das lächeln einer sommernacht hatte ich ja im stream bei patrick schon erwähnt ich fasse das hier mal ein bisschen anders zusammen damit ich nicht zehn minuten über die figuren konstellation erklären muss es geht hier um acht personen die irgendwie kreuz und quer mit irgendjemandem ja verbandelt sind bzw interesse an dieser person haben aber das ist eigentlich alles ja nicht so erfüllend für sie und nicht so hundertprozentig richtig und als sie dann auf dem landhaus der mutter der einen person person also der schauspielerin dort denn ja ich sag mal ein kleines treffen haben und auch so essen da die situation eskaliert nicht aber da scheint da biegt sich das ganze denn so ein bisschen in die form wie es eigentlich denn auch gehören würde und da sind natürlich werden viele vielen lorten avancen gemacht da versucht man vielleicht auch ja sexuelle abenteuer zu haben ähnliches ist jetzt sehr simpel zusammengefasst nicht hundertprozentig treffend aber wie gesagt es dauert zu lange die figuren konstellation sinnvoll zu erklären außerdem will man da nicht zu viel vorweg nehmen und der film wie gesagt es ist eine komödie und bei einer komödie ist natürlich auch wichtig wie lustig ist sie und ich kann mir vorstellen es ist nicht jedermanns humor also wer hier wirklich so richtig laute schenkelklopfer haben möchte ja das haben wir hier nicht aber es ist wirklich ein ja stückweit anspruchsvoller humor anspruchsvoller humor gottes willen kommt heute los mit mir hier ähm weil hier sehr viel ähm über die dialoge gearbeitet wird und es ist im englischen immer so schön da kann man das ganz einfach mit dem begriff wit sagen ne wenn dialoge sehr viel wit haben das heißt es ist beim pen and paper wird das dann bei vampire zum beispiel mit geistesschärfe übersetzt aber das ist einfach ich weiß nicht wie man das vernünftig ins deutsch übersetzen kann ne dass das durchaus sehr clever sehr poetiert ist und wirklich so wenn ich mich jetzt mit jemandem unterhalte und ich mache eine schnippesche bemerkung oder irgendwie so eine ne so ein sick burn so einen richtig guten treffer und die person macht einen konter und der trifft auch sehr gut solche wortgefechte haben wir hier teilweise in den dialogen und das sorgt nicht für laute lache aber das ist wirklich so dass man ein grinsen auf dem gesicht kriegt einfach weil es ein tolles dialog drehbuch ist was richtig schön on point ist und wer solchen humor mag der ist hier dann natürlich vollkommen richtig weil das sitzt dann ne und hier auch oft in verbindung ähm es klingt jetzt fies wenn man sagt aber manchmal auch mit so einer gewissen demütigung einer person auch einige etwas abstrusere szenen ich will jetzt nicht sagen slapstick da gibt es auch ein paar szenen wo dann ja wie ich will hier nicht spoilern wo man dann wirklich in eine ja situation kommt wo man sich so ein bisschen hm an den kopf packt ähm das ist ne schon cool gemacht hat aber auch immer einen gewissen düsteren hintergrund immer spielt auch ein stück weit vielleicht eine demütigung äh für die charaktere eine rolle also eine zumindest empfundene demütigung und naja deswegen entlädt sich das ja hier denn auch am ende alles so schön und es ist also ich fand es wirklich sehr amüsant es ist nicht dass man lautlos lacht das sehr amüsant gemacht und wenn man gerade diese ja wort duelle mit 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 wirklich treffsicheren bemerkungen mag ist das klasse ne und wie gesagt so ein paar obskure einlagen äh sorgen auch für den einen oder anderen schmunzler haben aber wie gesagt auch einen düsteren unterton teilweise was dann auch wenig verwunderlich ist das das schöne an diesem buch was in dieser collection ist da kann man immer schön zu den filmen noch was nachlesen weil bergmann selbst zu dieser zeit wohl ja in der tiefen depression steckte und seine lösung war mach mal eine komödie auch schon sehr interessante war dann aber es ist eine wunderbare kombination funktioniert klasse und darüber hinaus natürlich auch filmisch sehr schön gemacht man merkt hier noch ein bisschen theater einflüsse aber es ist wirklich wunderbar gefilmt und auch mit dem soundtrack dem score schön gearbeitet ist einfach wirklich schön anzusehen aber auch wirklich für mich ich fand ihn wirklich ja lustig amüsant trifft es eher wirklich amüsant und ja unabhängig davon bergmann baut hier natürlich auch viele ne themen wieder mit ein jetzt auf alle da einzugehen aber am treffendsten ist tatsächlich ja ich sag mal auch beobachtungen zum thema liebe und ja ich sag mal auch vielleicht auch wie die leute auf die liebe blicken weil hier das lächeln einer sommernacht das geht hier am ende wird das wunderschön zusammengefasst mit den ja drei phasen wie quasi ja die sommernacht auf die einzelnen liebespaare lächelt also will ich nicht viel zu viel vorweg nehmen es passt aber wunderschön und wie gesagt hat auch so eine gewisse treffsicherheit muss man klar sagen beim zweiten film kann ich mich etwas kürzer fassen das war nämlich bergmanns erstlingswerk kris also krise krisis heißt im englischen bedeutet halt krise fasse ich mich hier auch etwas kurz aus dem jahr 1946 bergmann selbst hat auch laut dem buch wohl gesagt was für ein scheiß film also nicht wortwörtlich so aber er war wohl im nachhinein absolut unzufrieden mit dem film und naja ich sag mal wenn jemand darin sagt oh gott das film was habe ich da für eine scheiße produziert ähm und der film ist dann immer noch solide sagt das ja auch schon was bergmann auch teilweise hier vielleicht auch für ansprüche an seine eigene kunst hat hier ganz einfach geht um ein junges mädel die bei einer ziehmutter aufwächst ihre echte mutter kommt dann hin nimmt sie mit in die große stadt gibt auch hier wieder so ein paar liebeleien mit dem jüngeren freund ihrer mutter der so ein womanizer der macht sie natürlich auch an sie ran dafür vernachlässigt sie eigentlich die person mit der sie eigentlich ja klingt nach wesentlich mehr beziehungs drama als es ist aber ist wirklich ja neben den nicht uninteressante geschichte ist aber hier natürlich noch nicht ganz so treffsicher gefilmt wie spätere werke bergmanns die ich dann gesehen habe also gerade lächeln einer sommernacht ich habe noch nicht so den vergleich aber lächeln einer sommernacht oder auch wild strawberries ist natürlich auch von der reinen art zu filmen ganz anderes kaliber aber es war bergmanns erstlingswerk nur und wenn man von den vier filmen die ich dann bisher gesehen habe und wenn er da dann sagt das war scheiße man merkt die steigungen die danach kamen definitiv vor allen dingen geradezu einigen anderen film wohl ganz gewaltig kann verstehen dass bergmann da gesagt hat ganz zufrieden war da nicht nett gesagt nein also weil der film hat durchaus eine interessante geschichte hat auch nicht uninteressante ja charaktere aber man merkt dass bergmann noch nicht so hundertprozentig da ist verarbeitet die auch wieder viele themen natürlich auch auf eine teilweise etwas düstere art und weise wieder ja aber irgendwie man kann es kaum beschreiben es ist nicht ganz so eine punktlandung wie andere sachen die er gemacht hat ist auch noch nicht ganz so bewegend und kam auch glaube ich damals so ich das jetzt nochmal aus dem booklet in erinnerung habe auch bei vielen noch nicht so gut an der film also na das ist in dem booklet haben in dem buch haben sie es gut beschrieben das ist so bergmann in the making man merkt gewisse sachen sind schon da also nicht komplett on point gelandet weil bergmann da wohl auch noch ein bisschen klingt blöd sich selber finden musste oder noch so ein bisschen umsteuern musste naja der zweite film von ihm ne das kann nicht der zweite sein vierter film insgesamt der dritte film in dieser box von 1947 ship to indialand also in deutsch heißt er glaube ich das schiff nach indialand tatsächlich hier geht es um ja ein jung ja jung ist er am denn am ende nicht mehr aber um einen matrosen der quasi zurück in seine heimatstadt kommt nachdem er lange jahre unterwegs war und ja trifft da seine ich nenne es mal jugendliebe wieder durch zufall und da haben wir einen rückblick wie die beiden damals sich kennengelernt haben und was damals alles passiert ist bevor er auf diese reise gegangen ist und da spielt natürlich eine große rolle sein vater der auch kapitän war er hat bei ihm auch mit gearbeitet aber ja aufgrund seines buckels war das dann immer so ein stück weit sein vater hat ihn irgendwo eigentlich verachtet und als schwach angesehen und es kamen ganz viele komische sachen zusammen wieder wie immer hier mit den menschlichen beziehungen sein vater und seine mutter irgendwie war da die luft raus der vater nimmt dann die dame auf die er sich denn verliebt oder die sich denn ineinander verlieben bevor das denn alles als er los ist in die brüche geht die nimmt seinen vater dann halt mit auf das brot wo die wohnen und hat eine affäre mit der und und also auch hier wieder ein filmdrama mit einer prinzipiell auch interessanten handlung ja ist insgesamt auch etwas spannender und unterhaltsamer geraten und von den figurenkonstellationen noch ein bisschen treffsicherer als kris zum beispiel noch ist aber auch noch nicht ganz an dem punkt wo bergmann wohl später mit vielen filmen hingekommen ist kann ich mir aber konnte ich mir aber gut angucken ich fand den durchaus auch interessant gemacht ist wie gesagt filmisch muss ich sagen so von der ganzen art wie es gedreht ist fand ich ihn auch schon eine deutliche steigerung zu kris ist aber immer noch kein ja weltbewegender knaller oder ein großes meisterwerk aber ich fand ihn gut weil die handlung halt auch interessant weil die darsteller machen das vernünftig und und bergmann hat hier zwar das wirkt einfach als ob diese charaktere gewisse schablonen sind archetypen schafft es die nach und nach so ein bisschen leben und background zu verleihen dass das ganze wirklich gut funktioniert ich muss hier mal ganz kurz einen cut machen geht sofort weiter so geht weiter sorry für die kleine unterbrechung ja der letzte film war wilde erdbeeren und da hatte morpho ja auch schon in kommentaren gesagt den hat er gesehen und absolut klasse ja bei wilde erdbeeren geht es um professor is sorry isaac borg und der ist ja seit 50 jahren arzt und lebt inzwischen sehr zurückgezogen im anwesen hat er seine haushälterin akta und naja er soll geehrt werden in seiner in lund weil er 50 jahre arzt ist und naja die frau seines sohnes ist erstmal nur seit ein zwei wochen oder ein zwei monaten bei ihm jetzt untergekommen und naja die die will eh zurück zu seinem sohn jetzt nach lund und er begibt sich mit ihr auf einen kleinen road trip ne also die beiden fahren zusammen dahin und eigentlich wird auch am anfang schon klar also er sehr kühl teilweise sehr menschen ne und es sind am anfang auch ein bisschen spannungen zwischen den beiden und während dieses road trips ähm fängt er an auch immer wieder träume zu haben auch in der nacht bevor es los geht wo er sich an ich sag mal ja szenen seiner vergangenheit so ein stück weit erinnert und es ist auch sehr traumhaft denn hm ein bisschen verzerrt und ja ich will jetzt nicht mehr viel über die handlung sagen natürlich nimmt man auch mal anhalter mit die dann auch na gewisse sachen vielleicht auch triggern und ja der film es klingt an sich relativ unspektakulär es ist blöd gesagt geht es hier darum dass jemand ähm diesen kleinen road trip da macht diese tagestour ne um dann da seine ehrung zu kriegen und da ab und an mal in tagträume rein oder träume verfällt ne was in seiner vergangenheit passiert ist muss ich aber klar sagen ähm auch wenn das erstmal so boah klingt es ist ein unglaublich faszinierender film denn hier wohl auch sehr bergmann typisch borg ist sehr distanziert sehr kalt und ja ja hat wohl auch in seiner vergangenheit so ein paar sachen gemacht ähm nicht auf die er nicht stolz ist sondern ja die er jetzt vielleicht im alter auch ein stück weit bereut und wie gesagt es ist sehr schön gemacht wie er denn da auch wirklich über diese sachen sinniert in seinen träumen ähm und ja nach und nach ähm ich sag mal blöd den entschluss fast ne dass da gewisse sachen sich vielleicht ändern müssen diese erleuchtung kriegt er quasi gegen ende dann ne so viel kann man ich sag mal spoilern aber es ist hier wieder unglaublich auch erstmal rein inhaltlich wie viele sachen bergmann hier auch wirklich mit bearbeitet ähm von was wohl auch bei vielen sachen äh ein thema ist ne die zwischenmenschlichen beziehungen ne von borg zu seiner frau das spielt eine rolle zu seinem sohn das spielt eine rolle auch hier die beziehung zwischen seiner schwiegertochter und seinem sohn und wie auch er und seine art da einfluss drauf hatten er erinnert sich an seine kindheit zu zurück an seine erste liebe was denn auch in die binsen gegangen ist auch sehr unschöne art und weise und das ist wirklich halt unheimlich faszinierend gemacht und da werden so viele sachen äh mit angesprochen da kann man auch sehr viel wieder rein interpretieren ne nicht nur was jetzt ja ich sag mal gewissen philosophischen diskurs angeht sondern tatsächlich auch ne was bergmanns leben wohl angeht wenn man da ein bisschen sich mit befasst hat und deswegen also von themen her das was ich eingangs erwähnt habe anspruchsvoll da ist eine ganze menge fleisch am knochen wo man sich mit auseinandersetzen kann also ich glaube ich habe auch schön in dem buch dann natürlich wieder geguckt was da so zusteht ähm da könnte ich müsste man wenn man das alles sezieren möchte würde man hier wahrscheinlich ein halbstündiges video schon draus machen ist ja hier in die sinn und zweck der sache und da soll ja jeder auch ein bisschen sehen was er für sich da ausnehmen kann aber von der thematik her auch viel was er aufgreift und ist wirklich sehr interessant gemacht und hat auch wirklich ein gewisses herz dass man dann wirklich am ende ja eine faszinierende reise mitgemacht hat auch so ein selbstfindungstrip auch wenn hier herr isaak borg oder professor isaak borg schon ja wirklich eher am hinteren ende seines lebens steht übrigens hier auch sehr interessant großartig gespielt von das hatte ich mir tatsächlich aufgeschrieben victor sjöström ähm der war ja quasi bergmanns mentor und großer stummfilmregisseur aus schweden und auch darsteller und hier er war wohl zur zeit des drehs auch schon ja natürlich offenkundig alt aber auch wohl gesundheitlich nicht in dem besten zustand aber ah der liefert hier eine performance das ist also wirklich weltklasse absolut weltklasse aber gut was jetzt neben dem inhaltlichen was da passiert auch sehr schön ist es ist wunderbar gefilmt und hier merkt man dann auch schon ganz stark war ja auch schon bei lächeln an der sommernacht fand ich ja schon wunderschön gefilmt gerade jetzt hier deswegen kann ich mir vorstellen dass criterion das auch so aufgezogen hat gerade wenn man kreis der noch sehr theaterlastig ist ähm und auch zwar schön gefilmt aber noch nicht so ja perfektioniert und dann ship to indialand was auch schon gut gefilmt ist aber auch noch nicht ganz auf dem niveau was manche leute mit bergmann verbinden denn natürlich das kontrastprogramm mit wilde erdbeeren wo man dann sieht boom was für eine entwicklung bergmann gemacht hat klasse also auch hier die ganze bildsprache und was ist wirklich wunder wunderschön gemacht der score unterstreicht das wunderbar absolut geil ja und ich muss auch sagen das wichtigste weil gerade wenn jetzt man sagt oh das klingt jetzt wieder alles so schwer und man kann sich das nicht gemütlich nebenbei oder gemütlich angucken ja der film ist an einigen stellen recht düster aber er schafft es auch immer wieder durch ein bisschen humor oder ne wirklich gute dialoge und ähnliches auch ein gewissen unterhaltungswert zu entwickeln und da nehme ich jetzt mal ein bisschen was was in dem buch auch schön drin stand ne aus einem auszug ähm ich weiß nicht ob es ein interview war oder ne irgendwas was bergmann mal geschrieben hat ganz simpel gesagt bergmann hatte wohl drei oberste regeln für wie er filme macht ne also so ein bisschen seine drei gebote und der das erste war sei unterhaltsam mit der begründung ganz ernst wenn mir ein publikum zuschaut geld für meine filme ausgibt ähm wenn ich dann keinen unterhaltsamen film mache den das publikum wirklich schön findet und an dem es spaß hat ein stück weiter so spaß ähm ist alles bringt es andere auch nichts weil dann betrüge ich mein publikum ne die zweite ist dass er seine seine ja künstlerisches gewissen nicht betrügt ne und ist hier da sagt er sehr viel zu wie er das zu verstehen oder wie er es zu verstehen ist aber ne also künstlerische integrität wahren ne zwar auch gewisse sachen machen die wo manch einer vielleicht sagt da hat er sich eine idee geklaut oder sonst was aber wenn das für seine künstlerische vision richtig ist und er das vertreten kann muss sowas auch mal gemacht werden ja und das letzte er soll jeden film drehen als ob es quasi sein letzter wäre ne also jeder film ist mein letzter ne blöd gesagt auch da vereinfacht jetzt auch ne dass er den fokus auf sein jetziges werk richtet und nicht was könnte ich da später noch machen wie könnte ich da wieder was aufgreifen thematisch so sondern dass er nur seinen jetzigen film sieht und den auch dreht als ob sein letzter wäre und ich habe das jetzt mal mit eingebaut weil ich gerade finde diese erste ähm regel das klingt ja sehr schwierig wenn ich ein ja ich sag mal thema von den ganzen themen die ich anspreche teilweise düsteren film habe es schwingt ja wohl bei vielen werken von bergmann mit dass es eine ja ernste themen bespricht und oder behandelt und auch immer einen gewissen düsteren unterton hat dabei natürlich ja ich sag mal die künstlerische integrität zu wagen gut ich sag mal wenn man da jetzt darauf achtet wahrscheinlich eigentlich so schwer vor allem wenn man sich da nicht reinreden lässt was man zu tun hat dabei unterhaltsam zu bleiben das ist schwierig und das ist ja auch glaube ich das was viele leute mit arthouse filmen für ein problem haben ist für mich ja auch so habe ich gerade bei vielen art aktuellen arthouse horror filmen die sind klasse gemacht also von der reinen machart sind die alle wirklich im oberen bereich der wertungsskala aber viele schaffen es dabei nicht mich irgendwo zu unterhalten und das ist so eine sache das muss bei wilde erdbeeren sagen so langweilig in anführungsstrichen handlung klingt wir haben keine riesen action 10 und so wir haben wirklich reines drama aber bergmann schafft es dass es zu keiner sekunde langweilig wird dass das wirklich faszinierend ist dass es eine gewisse spannung aufbaut und das und hier jetzt die auch die entwarnung dass es thematisch jetzt gar nicht so rein haut dass man wirklich nur noch am überlegen ist und so man kann den film gucken man kann auf sich wirken lassen gerade der hier auch wie gesagt wunderbar gefilmt es wirkt halt auf einem man nimmt die themen mit aber man ist nicht so fokussiert darauf dass man keine unterhaltungswärme aus dem film zieht und deswegen ist schwer in worte zu fassen aber ich finde wirklich also wilde erdbeeren ist da in der hinsicht wirklich ein meisterwerk er schafft es viele themen anzusprechen viele anspruchsvolle sachen anzureißen einen wirklich zum nachdenken zu bringen gerade auch im nachgang aber bleibt offen für viele interpretationen aber er ist trotzdem unterhaltsam kann ich super anschauen und hat spaß mit dem film in anführungsstrichen manchmal in anführungsstrichen manchmal auch tatsächlich also wirklich ganz großes kino und ich bin mal gespannt wie es mit den anderen film weitergeht aber wenn da noch mehrere solcher filme kommen muss man blöd sagen kann man verstehen warum umberg man auch so ein ja kult herrschen wo man als einer der besten regisseure aller zeiten geht weil also wild strawberries war wirklich absolut hammer absolut hammer muss man so sagen ja damit sind wir eigentlich auch schon bei die durch mit den vier filmen den fünften habe ich jetzt zu dem zeitpunkt noch nicht geguckt wie gesagt ich werde mich danach und nach durcharbeiten dann sicherlich nicht für jeden film eine watchlist machen aber ich denke mal da kommt auch mal was wo ich den also ich weiß jetzt schon seven seven seal sehen einer ehe und auch ja sarabande dann persona jungfrauenquelle also das sind glaube ich alles filme da da werde ich auch noch in der watchlist einbauen weil sollte man man muss sollte auch mal mehr über die film sprechen damit mehr leute sich vielleicht auch an das ganze thema ranwagen weil für mich war das ja auch hat das nicht auch ein bisschen überwindung kostet jetzt nicht mal wegen dem preis der box sondern weil nachher ist das so arzifazit dass man wieder denkt aber kann ich jetzt nicht behaupten bisher es ist zwar sehr künstlerisch und wirklich arthouse kino aber es vergisst dabei nicht dass leute auch filme gucken um unterhalten zu werden von daher bisher wirklich klasse und also wild strawberries wirklich ein meisterwerk lächeln einer sommernacht wirklich ein sehr sehr cooler film sehr unterhaltsamer film und kreis ist in ordnung bergmann selbst fand ihn wohl scheiße im nachhinein aber gut und ship to indialand da war bergmann doch auch nicht ganz zufrieden mit aber die kann man sich auch schon ganz gut angucken damit bin ich an der stelle durch ihr kennt den ganzen kram hier unten vielen dank fürs zuschauen und dann hoffentlich bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Listen, you'll float down here, we'll float down here, yes we do.